Die sind so goldig. Das ist die Heizung. Warnlicht und alles verzinkt. Frontscheibe, beheizbar. Hier sind Drähte drin. Der hat also einfach nicht denken kann. So, wir machen mal bei dem wieder drauf. Das Fahren ganz offen ist sehr pustig, wenn es nicht warm ist. Warte, dann setze ich mich zuerst rein. Genau, kannst du machen, wie du willst. Und die Motorhaube geht über die ganze Fläche? Nein, an beiden Seiten musst du die vorne abheben. Das ist ein Stück, da kannst du nicht klappen. Da und da losmachen. Und dann ganz weg. Und da hast du den Motor ganz offen liegen. Jörg, findest du dich zurecht mit dem Verschluss? Da ist ein bisschen eng, oder? Ich bin gerade dabei. Guti. Ansonsten steht dir aber. So. Sieht gut aus, oder? Was ich will, kriege ich hin. Ich würde vorher noch ein paar Zöpfle in den Bart flechten, dass er nicht so verwurzelt vom Bart ist. Wollte ich ja, das mag ich sie nicht, gell? Das trauselt doch sowieso wie verrückt. Zum Schluss habe ich vielleicht gar keinen Bart mehr. Sie so. Pssst. So. So, ich muss mich nochmal schnell hier einloggen. Das ist doch ein Bild für die zwei Kerne in dem Auto drin. So. 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 So.